Fabio, hast du eigentlich dein Handy ausgeschalten? Der ist schon lange aus. Der ist sogar beim Laden. Also diesmal kann es nichts sein. Schau, das Corruption breitet sich schon sehr brutal aus. Sogar der Sand wird corrupted. Oh, ich hör irgendwo wieder eine Mami rumlaufen. Nein, es hat den Vogel getötet. Stirb Mami! Oh, da ist ein Antilon. Ah, ein Corrupter. Ah, du hast ihn vergiftet. So, da ist noch ein Corrupter. Das Laser Rifle gefällt dir, ne? Uah, was ist denn das? Das ist Corrupt Slime. Pass auf, der ist so wie Mother Slime. Ah, hier. Fresst meinen langen Stiel. Alter, wie viel Schleim hier ist. Ah, verbisst euch. Schleimt hier nicht so rum. Pass auf, das Kriegzeug macht verdammt viel Damage. Ungemerkt. Wer? So, ich glaube hier... Bin ja echt froh, das hier zu sehen. Kenn ich wenigstens. Ach, nö. Na, los. Toxic Slime. Toxic Sludge. Es lacht. Nö, ich glaube mit deiner Rakete kannst du jetzt hier nicht mehr viel aus... ...richten. Stirb Toxic Slime. Nö, die konnte ich wenigstens steuern. Tja. Neue Waffen und Ausrüstungen, Leute. Wir müssen jetzt wieder so aufpassen beim Höhlen erkunden. So. Schauen wir doch mal. Huiiii. Ich hätte ganz gerne Hermes Boots. So, Leute. Der Pornhammer kommt zum Einsatz. Und... The world has been blessed with Kobalt. The world has been blessed with Mithril. Ah, ein Wroth. Was ist das? Ein Wroth. Geist. Oder diese ätherische Gestalt. Die gehen eigentlich noch. Die gehen eigentlich noch. Die gehen eigentlich noch. Wie gesagt, ich kenne hier ja gar nix. Ups. Jetzt habe ich mir einen falschen Helmer drauf eingehauen. Ah, your world has been blessed with Alam and Teat. Kobalt. Mitril. Mehr, 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 mehr. Ich will mehr, 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 mehr. Komm. Stirb. So. Der Pornhammer. Ich hämmer euch alle. Oh, da ist noch ein Shadow Scale sehe ich gerade. Und, oh. Und, oh. Alles weg hier. Okay. Oh. That was it. Ah, cool. Der gute, der gute Garrett läuft hier immer schön über die Herzstatue. Immer wenn man sich hier herportet, liegen schon mal vier, fünf Herzen da rum. Hm. So. Jetzt erstmal alles an Scheiß hier wieder verstauen. Erstmal das Geld wegpacken. Das Geld werden wir jetzt sehr viel brauchen. So. Aber wenn wir zusammenlegen und sparen, dann mit unserem Sieg nichts mehr. Dann kriegst ja noch was von mir. Wie ich es vermisst habe, dass der Fabio immer seinen ganzen Scheißdreck einfach nur... Ich danke dir für deinen Scheißdreck, Fabio. Und die Mitte. So, den Pornhammer, den lege ich... Naja, wobei, den behalte ich jetzt mal. Vielleicht braucht man den noch. Ähm, die neuen Sachen von den neuen Viechern lege ich jetzt mal in die Kiste gleich... Also nicht die, wenn man hier runterkommt gleich, sondern die rechts daneben. Da lege ich mal Pixie Dust drin ab, Unicorn Horn. It's sharp and magical. Steht da dabei. So, Blinkwut haben wir jetzt, glaube ich, auch schon bis zum Erbrechen. Gel. Behalte ich jetzt mal. Waterleaf. Ein Wallmushroom. Deathweed. Was machen wir mit dem Scheiß-Vill-Rotten-Chunk? Wollen wir denn den Dirt gleich nochmal drin? Die Dorte. Ah, Dorte ist in meinem Keller gut verstaut. Zwei schwarze Linsen haben wir. Zwei schwarze Linsen haben wir, glaube ich, alle volles Mana, oder? Ich kann... Nee, ich... Schnell fehlt eins. Warte, dann gebe ich dir schnell einen Mana-Crystal. Hast ihr damit eigentlich geholzt? Ja, mei, jetzt ist es ja eh schon wohl... So, und was jetzt? Jetzt suchen wir Rohstoffe, oder wie? Das heißt, jetzt heißt es erstmal... FUSTROTA! So. Mal wieder. Nee, nee, jetzt suchen wir Rohstoffe. Jetzt gehen wir mal nach ganz rechts auf der Karte, weil da haben wir nämlich noch nicht so viel erkundet. Erstmal muss ich den Linken hier mal um ein paar Sachen erleichtern. Beziehungsweise... Mich bei ihm erleichtern. So, jetzt können wir loslegen. Huiiii. Dann geht's ekelhaft. Was denn? Es hat Guss gehört. Ich hab's gesehen! Nein! Okay. Ich hab's ne Häschen. Nein. Jetzt machen wir zwei! Alter! Oh! Oh! Ja! Hallo! Hallo, Corruptionland! Okay, es sollte sich nicht ausbreiten, weil da unten ist Lehm und über Lehm breitet es sich nicht aus. Wir müssen nur aufpassen, dass dieser Corruptor nicht auf das normale Gras spuckt. Boah, jetzt ist hier aber gleich mal ne ganz schöne Menge hier corrupted geworden, ey. Das ist ja echt krass. Was? Du Wichser! Komm mal her hier! Aha! Au! Das hat mich jetzt so gedamaged hier. Guck mal her! guck mal her! Guck mal her! What the hell! Au! Dieses Blöde Unkraut hier! Guck mal her! Jetzt reicht's aber mal! Guck mal her! Guck mal her! Daher kann sie es ja ruhig ausbreiten. Das ist der Dschungel vermutlich dann am Ende der sicherste Ort auf der ganzen Karte. Gibt es auch neue Viecher? Nee, im Dschungel gibt es keine neuen Viecher. Ja, Gott sei Dank. Aber es gibt genug andere, also... Jetzt könnte ich mal wieder das Terraria-Wiki offen gebrauchen, aber weißt du was? Jetzt würde ich mal einfach sagen, wir experimentieren ein bisschen. Aber wie gesagt, die neuen Rohstoffe, die wirst du sehr leicht erkennen. Leuchten die? Nee, das nicht, aber sie... Oh, ja doch, es gibt doch den Anglerfisch als neuen Gegner hier. Nee, die leuchten nicht, aber die sind relativ deutlich zu erkennen, sag ich mal. Und der seltenste von allen drei ist natürlich Adamantit. Wer hätte es gedacht? Das Rohde. Genau. Kobalt wird wahrscheinlich O-Mass vorhanden sein, wenn nicht noch mehr als O-Mass. Vielleicht auch 2-Mass oder 3-Mass. Und dann bist du schon ganz gut dabei, wenn du mal 3-Mass oben geschluckt hast. So. Genau. Hier ist aber noch viel nicht mehr. Ah, das findet man alles. Ja, wie gesagt, wir haben ja auch noch ein paar Spelunke-Potions, ne? Den kann man jetzt sicher auch noch craften, irgendwie. Wie viele HP hatten der eigentlich? 300, oder? Wir haben doch unter unserem Haus noch den... Bin ich so langsam? Ja. Ah, da ist schon... Ich bin bläst mit Adamantit. So. Du hättest es vielleicht eigentlich stehen lassen, das nicht zu sagen. Ne, unter unserem Haus sind noch welche. Achso. Ah, ne, da ist schon wieder... Deckt mich mal während ich das hier abbaue. Bäh! Stürb Wraith! Oh, wow! Oder wie auch immer. Oh, wow! Ich verstehe, was du meinst. Nicht schon wieder, Alter. Aero wurde massakriert. Ah ja, weiter rechts. Alter, wird jetzt mich auch gekotzt. Halt dich, da, schwingst du mit dem Schwert und klingst dich trotzdem. Tja, das Spiel ist halt ein bisschen mehr als nur mit dem Schwert zu schwingen. Kannst du es halt nicht einfach so machen, wie du es in Wirklichkeit auch immer machst. Tami, nimmst du eine Frage seiner Sachen mit? Wo sind die? Ja, da oben hier. Rechts irgendwo. Malte rechts. Ah ja, da sehe ich es doch schon. Bäh! Oh, ich wurde verdunkelt. Ah, ich warte mal auf euch. Ja, Rüstungen sind wirklich langsam nötig. Ja. Jetzt ist es halt noch umso wichtiger, dass wir zusammenbleiben. Siehst du, dass der mit seinen Spuckern hier immer... Oh, schön. ... ein bisschen was Corrupt macht. Hast du gesehen? Ja. Oh! Ein World Feeder! Oh, Cursed Flame. Oh, das ist so ungewohnt, einen fetten Fernseher zu zocken. Ich glaube, hier unten gibt es doch sicher auch noch Dämmen-Altars, die wir zerstören können. Umso mehr Rohstoffe wir bekommen, desto besser. Ah, ich bin schon wieder verdunkelt worden. Ah! Okay, jetzt müssen wir mal ganz kurz hier warten. Weil ich habe nur noch 167 AP und du hast das doch nicht mehr allzu fresh aus. Das ist nur ein normaler Devourer. Gott sei Dank. Oh! 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 Sollten wir nicht lieber zurück? Aber, das schaffen wir. Wir brauchen mehr... Ja, Mitril ist ja das Beste, oder? Was ist das Beste? Also ich mein, bis Adamid, oder wie heißt der Scheiß? Adamantik. Hobalt, Mitril und? Ja, Hobalt, Mitril und Adamantik. Das ist das, was man nicht so oft findet, oder? Das ist auch noch was, was man verdammt selten findet. Verlass mich jetzt nicht. Ja. Nein, das gibt's nicht. Jetzt bin ich da auch gestorben, wegen diesen Scheiß Viechern, ey. Jetzt sind wir am Arsch. Wir kommen nie wieder an unser Zeug. Oh nein. Ja, entschuldige mal. Wenn da auf einmal fünf so Viecher kommen und mir das niemand sagt, während ich am Abbauen bin. Jetzt wird's böse. Scheiß drauf, ich zieh meine Goldrüstung an. Ja, wir sollten's auf jeden Fall jetzt nicht in der Nacht machen. Und ich weiß halt jetzt nicht, wie lange... Ich pack jetzt meine Sandgun ein. So, Sandgun und... Ich hab noch ne Magic Mirror, wenn noch jemand einen haben will. Ne, passt schon. Nimm ihn aber mit, dass du dich dann, wenn er... Wenn's ist, gleich zurück porten kannst. Oh, ist der Sand jetzt drin? Fix noch eins. Da ist er. Ich nehm jetzt die Sandgun mit. Ein einzig... Ein einzig wahrer Freund. Passt auch gut zu meiner Rüstung, finde ich. Also Leute, dann mal los. Ja, willst du nicht ne Rüstung anziehen, Tami? Ach so. Ja. Sonst stirbst du instant. Du stirbst sonst instant, das darfst du mir glauben. ?